Ein weiterer Versuch sollte endlich den Sieg über die Gegner bringen. Jetzt gibt's Krieg nach ersten Erfolge. Einmal schnell kaputt schießen. Ja, das sieht schon mal ganz okay aus. Feuer frei. Folgt eine schwere Niederlage. Ja, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Das ist halt auch schon wieder futsch. Oh Mann, ey. Das ist natürlich jetzt hier dumm gelaufen. Aber gut, wer hätte denn damit rechnen können, dass genau dieselbe Flotte, die ich noch davor zerstört hab, die mich fast alles gekostet hat, mal eben so nach 5 Minuten Spielen wieder auftritt. Und so mussten wir auch dieses Mal neu drauf gehen. Irgendwie stört mich das auch, weil ich will die eigentlich besiegen. Ich will mich jetzt nicht damit zufrieden geben, dass wir jetzt hier einen kleinen Ball geben. Zeit für den alles entscheidenden und allerletzten Versuch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1701. Und in der letzten Folge, naja, sind wir leider bankrott gegangen. Kein Geld mehr auf dem Sparkonto gehabt. Schade, schade. Aber ihr habt's euch gewünscht. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Drum probieren wir's noch einmal vom letzten Save-Game. Da, kurz bevor uns die beiden letzten wirklich gefährlichen KI-Gegner den Krieg erklären. Zum Glück dauert das Laden in 1701 nicht ganz so lange wie in 1404. Drum kann ich auch ruhig vom Hauptmenü die Anmoderation machen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Und dann gucken wir mal, was uns so erwartet. Ich bin bisher länger her, dass ich jetzt das gespielt hab. Und ich hoffe mal, dass wir dieses Mal mehr Erfolg haben werden. Wobei, ich muss schon zugeben, wir sind echt in einer kniffligen Lage. Ich hab's mir alles noch mal so ein bisschen angeguckt. Versucht so herauszufinden, wie wir uns da besser aufstellen können. Also, wir brauchen auf jeden Fall mehr Schiffe. Das ist klar. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Drum, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht pleite gehen. Gut, soweit, so gut, soweit, so gut. Also, wir bauen das erste Schiff. Wir müssen jetzt aufpassen, denn bald kommen ja die ersten Kriegserklärungen. Und deswegen... Wir müssen gucken. Ich kann auch... Kann ich verlangsamen? Ich muss das jetzt, glaube ich, gedrückt halten. Ja. Oder kann man das hier... Ich glaube nicht. Nee. Äh, ich muss also kurz verlangsamen mir angucken, was wir alles vorrätig haben. Wir haben keine Sonnenblumen. Oder Blüten. Eine Produktion zum Erlieben. Amra haben wir. Also, Lampenöl. Nee, was ist denn das? Parfum ist das. Das wird eng. Kakao. Ach, das ist doch ein bisschen nervig. Also, Kakao und Honig. Sieht so ein bisschen schlecht aus. Ich bin echt am überlegen, weil... Wir dürfen nicht riskieren, hier unsere Schiffe zu verlieren. Ähm... So, da kommt das Nächste. Ich werde das alles mal zu einer Flotte zusammenfügen. Ich habe noch Geld für ein Zweites. Dann bauen wir noch das Nächste. So. Währenddessen... Ich traue dir nicht über den Weg. Ich traue dir nicht über den Weg. Ja. Wenn ich ihm jetzt Frieden anbiete, würde er mir natürlich kein Geld zahlen. Deswegen muss ich warten, bis er mir was anbietet. Ah, und ich sehe gerade... Äh... So. Also, wir haben schon mal eine volle Flotte. Bestehend aus sechs großen... Upsa. Aus sechs großen Kriegsschiffen und einem kleinen. Und das ist unser Schiff nach da oben. Denn... Oh, und ich sehe gerade... Ich weiß, warum wir keine Blüten haben. Ich erhebe Anspruch auf dieser Insel. So. Jetzt geht's los. Jetzt... Jetzt fängt an, der Bär so langsam zu steppen. Oder wie ging das Sprichwort? Ich weiß es nicht. Es wird spannend. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben... Ein bisschen viel... Was ist das hier? Ach, das ist meins. Okay. Die Dragoner wurden erforscht. Dafür habe ich kein Geld übrig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns da so ein bisschen behaupten. Also, das Schiff behalte ich erstmal, denn ich glaube, es ist ein bisschen teuer. Ja, 1500 Goldmünzen. Das möchte ich erstmal im sicheren Hafen belassen. Und wer war jetzt... Äh... Stimmt. Sie war... Sie war die Böse, die uns jetzt schon den Krieg erklärt hat. Also, wir müssen mal schauen, ob wir hier irgendwo Schiffe finden. Äh... So wie das. Ja. Das ist sie auch. Aber das ist auch nur wenig. Also... Ich bin gerade mal so ein bisschen am gucken. Aber ich sehe jetzt hier zum Beispiel nirgends... Eine andere Flotte. Ähm... Doch. Die sehe ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn kleine Kriegsschiffe. Ich habe... Alles hört auf euren Befehl. Ich habe was? Ich habe sieben große, zwei kleine... Also, das würden wir gewinnen, aber... Die Verluste wären enorm. Die Verluste wären enorm. Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt, ich hätte da einen Auftrag für euch. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ja, ähm... Das kann ich jetzt leider nur abrennen lassen. Eine Produktion kommt frei. Die Fahrt zu euch hat sich bezahlt gemacht. Dann haben wir jetzt nochmal ein paar... Ziergesteinchen eingesammelt. Und wir brauchen unbedingt... Das Kontor zurück. Und wir haben kein Holz. Dann... Muss ich wohl oder übel einen Pekingier-Trupp... Versammeln. Und ich werde jetzt euch... Ja, da geht es schon los. Okay. Ja, wir müssen aufpassen. Und... Alle Schiffe einsatzbereitungen. Und das kommt auch mit. Ähm... Schaffe ich es theoretisch? Okay, da kommt sie. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen. Die will halt zu mir. Das ist klar. Die will jetzt hier Blut sehen. Die will natürlich meine Schiffe versenken. Aber ich werde... Wohin geht es? Ein Brand zerstört ihre Siegung. Ich werde das machen. So. Die Armee ist kampfbereit. Und dann laden wir mal ein, was wir einladen können. Und dann postiere ich die schon mal. Was macht ihr jetzt? Ja, und da erklärt mir jetzt... Da erklärt mir jetzt nun auch der Emilio Castelli den Krieg. Und ab jetzt dürfen wir... Dürfen unsere Schiffe nicht außer... Mit meinem Friedensverlag könnten wir beide unnötige Verluste verhindern. Oh. Dankeschön. Das kam jetzt unerwartet. Da will der wieder Frieden. Ich glaub's ja nicht. Das ist echt ein bisschen blöd, dass man hier jetzt... Nicht einfach sagen kann, alle Schiffe, die jetzt im Umkreis sind... Auswählen. So, aber wo ist ihre Flotte? Wo ist sie? Hier oben ist nix. Sie muss ja hier irgendwo sein. Da sind zwei vom Castelli. Es beeindruckt mich, dass der Castelli... Ah, da kommt sie. Eins, zwei, drei, vier... So, vier, sechs, acht, neun sogar nur. Ne, da oben fährt das zehnte. Okay. Also, ich muss schnell... Einen Boxenstopp einlegen. Und meine Schiffe wieder auffrischen lassen. Es kann sofort losgehen. Hiss die Segel! Und währenddessen muss ich... So einen Blumen einkaufen. Ich muss... Honig einkaufen. Und ich muss das einkaufen. Das ist letzten Endes das, was wir jetzt am meisten brauchen. Und er verkauft uns von allem ein bisschen. Immerhin. Dann können wir das schon mal rausnehmen. Kippen am Deck! Davon haben wir ja jetzt am meisten. Hier haben wir das Kommando. Leinen los! Die Flotte ist bereit! So. Und du fährst bitte endlich mal vor den... Vor die Werft. So, da kommen sie. Jetzt wird's spannend. Kapitän, ahoi! Also, ich werde... Wie lauten die Befehle? Ja, das werden wir gewinnen. Also, es sollte machbar sein. Wie lauten die Befehle? Die wird sowas von scheitern an uns. Hahaha! Also, ich würde befehlen, Feuer frei. Ihr könnt sogar schon hier auf das nächste gehen. Ja, das ist alles... Alles futsch ist das. So, der Nächsten... Schön weiterschießen. Ja, sie zieht sich schon zurück. Und ihr sorgt dafür, dass die auch nicht weiterkommen. Die Flotte ist bereit! Genau! Wie lauten die Befehle? Alle Schiffe einsatzbereit! Wie ist die Order? Hm, ne. Das lass ich nicht. Feuert auf meinem Befehl! Ah, eins... Eins haben wir verloren. Eins. Schön. So, und weiter drauf feuern. Eins, zwei, das wird sie von uns nicht erwischen. Sehr schön. Boah! Das läuft! Sieht doch gut aus! Meine Herren! Unglaublich! Ich bin beeindruckt! So! Wir sind bereit! Ha! Dann kannst du weitermachen. Wie lauten die Befehle? Mein lieber Freund. Das war jetzt ihre ganze Flotte? Wo lag das Problem letztes Mal? Alles hört auf euren Befehl! Ist ja schon fast frech. Der Castelli hat wieder Frieden... Frieden gemacht? Ist ja alles kein Problem gewesen. Warte auf Anweisung. Wie lauten die Befehle? Ich find's super. Jetzt werden wir sie aber bluten lassen. Alle Schiffe einsatzbereit! Das werden wir nicht mit uns... Auf uns beruhen lassen. Wir werden jetzt mal sehen, dass wir hier ein bisschen Schaden anrichten. Nur wo... Na, sowas hier, ne? Wenn jetzt der Castelli doch wieder ankommen sollte... Kann das... Blöd werden. Ein Fischvorkommen ist erschöpft. So. Dann kommst du weg. Du hast noch 19 Fische. Eine Ware wird knapp. Pralinen? Okay. Wohin geht es? Warum? Weil wir keinen Honig haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hier. Wir brauchen dringend Honig. Nichtsdestotrotz, wir begeben uns mal... Haha. Sauber, Ramirez. Ich wusste doch, du bist noch sowas zu gebrauchen. Ich hab den noch nicht mal aufgedeckt. Fällt mir grad auf. Leider, leider. Aha. Da kommt schon das nächste. Oh ja. Wir werden mal ganz schön in den Laden hier reinmarschieren. Was sind das? Zwo, vier, sechs. Ist okay. Nix, nix, was uns gefährlich werden könnte. Boah, ich bin halt echt erleichtert, dass wir das doch so gut verkraftet haben. Dass wir das doch so gut verkraftet haben. Ein Giftmischer hat ihren Brunnen verseucht. Und jetzt erwischt es uns allerdings doch in der Stadt. Ich werde... Wir sind bereit, dir Frieden zu gewähren. Danke schön. Dankeschön, Kumpane. Das können wir direkt in Honig und Kakao investieren. Das wollte ich sehen. Ne, Kakao. Hervorragend. Dem schwarzen Tod gehe ich lieber aus der Wehe. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Steuern so ein bisschen hier... ...runtersetzen, weil wir... ...nicht wollen, dass uns das Schicksal wie eben ereilt. Guckt mal, was hier unten auf uns zukommt. Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen Angst, dass mir hier... ...ein Schiff von der entwischt und dann doch meine Schiffe attackiert. Aber Leute, so muss das sein. Wie ging das hier nochmal? Oh, Postkartenansicht. Ein... Ein Köscher hat keine Arbeit. Äh... Uh... Ich habe vergessen... Ach hier. Geht euch der Schlaf. Je eher, desto besser. Meine liebe Madame, ich werde höflich verneinen. Denn was du hier gerade abgezogen hast, das war nicht... Die Flotte, folgt eurem Befehl. Nix, warum man sich brüsten kann. Aha, hallo. Da habe ich ihre Reserve entdeckt. Kein Problem für uns. Das... Das verschwindet nämlich ganz schnell. Ach, der Ramirez wollte auch nochmal ein bisschen vom Kuchen abhaben. Merkt aber, dass wir doch ihm ein bisschen überlegen sind. Und da muss ich natürlich das fürs Familienalbum festhalten. Für meine Nachkommen. Der... Ha, 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 ha. Hm? Ach so. Ja, was du nicht sagst. Wie lang geht denn das noch? Sieben Minuten. Der Medicus leistet... ...vollen Einsatz. Und jetzt gibt es aufs Maul hier. Also. Madame Nadarski, du bist die stärkste Mitspieler... ...Gekontrahent und Mitspielerin. Bah. Dass ich sie so sogar noch nenne. Sie hat Aristokraten, aber diese wird sie nicht mehr lange haben. Das kann sie knicken. Boah. Aua, aua, aua. Gut. Ihr... Ihre Werft werde ich mal eben zu Brei schießen, dass sie da erstmal... Na gut. Es lohnt sich halt nicht, weil sie dann sofort danach wieder ein Schiff bauen wird. Aber dass uns der Castelli den Krieger klettert und dann wieder Frieden wollte, das ist extrem gut für uns. Das lohnt sich nicht. Können ein bisschen Schaden machen, aber... Da gehe ich doch lieber auf ihre Versorgungsinseln. Wie zum Beispiel die hier oben. Denn das hier... Wenn uns das gehört... Ich glaube, ich werde etwas schöneres machen. Wir haben 10.000 Goldmünzen. Ich investiere Richtung Horbizen. Und wie ich sehe, versucht noch ein Schiff von ihr zu entkommen, aber... Das sieht nicht gut aus für sie. Okay. Aha. Gucken wir mal hier unten. Das Problem halt an... Obwohl, ich sehe gerade, die kleinen Kriegsschiffe sind sogar schneller als die großen. Aber auch nur ein bisschen. Boah. Aua. Ha. So. Das wird mal eben jetzt meine Flotte, mit der ich ihre Handelsschiffe zerstöre. Und mit der anderen... Begebe ich mich mal so Richtung... Äh, ja. Insel jagen. Und so sollten wir sie, denke ich mal... ...relativ schnell... ...tot kriegen. Und da werde ich doch Zeuge... ...von einem... ...Entdecker-Schiff. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Was? Verdammt. Im Vergleich zu mir... ...bist du bloß eine Witzfigur. Verdammt. Die Flotte ist bereit. Spricht dein letztes Gebet. Gut, wir müssen so ein bisschen aufpassen. Stellung. Ne Sekunde mal. Wo ist denn hier... Ihr bleibt mal bitte hier. Und ihr kommt mal mit nach hier hinten. Und werdet euch mal um diese Schiffe hier kümmern. Eine Produktion... Wir haben 7000. Wir werden investieren. In ein schönes, großes Kriegsschiff. Und weil ja unsere... ...Arbeiter in 721... ...so viel schneller sind... ...als in 1404... ...könnten wir sogar ein bisschen Glück haben. Und das Schiff wird sogar noch fertig. Na, das dauert vielleicht doch. Aber unser Kanonenturm ist in Reichweite. So, dann laden wir aus. Okay, vielleicht dauert es... ...doch ein bisschen länger als erwartet. Ne, dann brechen wir das Ganze ab. Ich werde mein Schiff opfern. Und mir dann ein neues bauen. Weil das Geld möchte ich dann... ...für die Haubitzenforschung ausgeben. Boah, dass der Castelli mir jetzt nicht die Kriege erklärt hat... ...das ist extrem entlastend. So, ja, leider... ...werden wir das jetzt verlieren. Ich kann auch schon direkt das nächste hier bauen. Oder soll es ein Entdeckerschiff werden? Ach, die ist so blöd. Die ist so strohdof. Die lernen auch nichts dazu. So wie ich die jetzt kennengreife... Ja, die greifen den Turm an. Na gut, man muss sagen... ...17. Jahrhundert... ...da war WhatsApp und Telefon... ...und nicht so weit verbreitet. Das heißt, die wissen gar nicht... ...was da gefährlich ist, auf sie zurollt. Und die bettelt schon um Frieden. Sie will... ...Frieden. Und sie wäre bereit, mir 3300 zu zahlen. Das Problem ist... ...nehme ich jetzt an... ...kann sie wieder ihre Flotte aufbauen. Ich glaube, aber das werde ich trotzdem machen. Aber nicht zuletzt... ...bis sie ihre Schiffe hier versenkt sind. Die will ich noch mit ins Grab nehmen. Oder nicht mit ins Grab, sondern... ...ins Grab schicken. Und jetzt akzeptiere ich... ...ich rechne jetzt einfach mal darauf, dass mir früher oder später eh jemand den Krieg wieder erklären wird. Von daher sehe ich überhaupt keinen Anlass jetzt... ...unnötig, den Krieg weiter zu führen. Denn entweder wird sie bald eh wieder kommen... ...oder der Castelli wird doch noch mal mir den Krieg erklären. Und... ...das möchte ich halt jetzt erst mal... ...ja... ...möchte ich erst mal eine kleine Atempause haben. Und... ...ja... ...die Pest ist überstanden. Das Haus brennt jetzt leider ein bisschen. Die Feuerwehr ist natürlich schon unterwegs. Ja, oder die Leute, die löschen. Wo ist denn die Feuerwehr? Ach doch, die ist da. Ja, aber kein Problem. Der Fehler, den ich dann begangen habe... ...in der letzten Folge... ...oder beim letzten Mal, wo wir dann verloren haben, war... ...als die Pest da war... ...einfach die Steuern ganz in den roten Bereich zu setzen, weil sie ja eh wütend waren. Das hat allerdings auch die Leute sauer gemacht, die überhaupt nicht von der Pest befallen waren. Jetzt lass mich erst mal den Namen... Keine Ahnung, okay. Hat auch die Leute sauer gemacht, die nicht... ...das ist eine dritte Route... ...ach, das ist die Sonnenblumen. Ich verstehe, ich verstehe. So. Also wir haben... ...ich hätte ganz gern acht große Kriegsschiffe. Also zwei... ...würde ich ganz gerne noch haben. Und jetzt nicht 4000. Okay, 4000. Boah, das ist viel Geld. Wir könnten dann aber auch die Haubizen machen. Will ich das jetzt schon tun? Was geht zur Neige? Und die Pralinen gehen wieder runter. Warum das denn? Wir haben doch eigentlich alles. Ah ne, der Kakao. Egal. Wir müssen uns jetzt erstmal um andere Sachen kümmern. Wie viel kostet so ein Schiff? Boah, auch 4000. Tja, ich glaube, dann werde ich die Haubizen erstmal nicht... ...nicht bauen können. Oder soll ich... Schwierige Entscheidung jetzt. Weil ich muss natürlich zusehen, dass... ...wir unsere Versorgung aufrechterhalten. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, das dann auch auf der Hauptinsel zu tun. Also ich möchte dann... ...hier erstmal mehr Brot bauen. Okay, also der Krieg... ...war ganz okay. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass der wesentlich schlimmer wird. So, und dieses absolut übertriebene Layout. Oder Verhältnis, eher gesagt. So. Also das sollte noch einmal ein paar Leute... ...zufrieden stimmen. So, wir brauchen definitiv Kakao. Und den kaufe ich jetzt nochmal ein. Und der Rest ist okay. Walfett kommt ja auch dann bald wieder. Puh. Erstmal überstanden. Von einem Besuch in eurem Kontor bin ich nie enttäuscht. Erstmal überstanden. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde hier schon mal eine dritte bauen. Einfach, dass wir schnell jetzt die Palin wieder auffüllen. Denn wir sind nur bei drei Tonnen. Und ich glaube, wir haben auch... Ja. Die Leute sind alle wieder happy. Oder was heißt happy? Eingezogen. Happy, naja, Ansichtssache. Gut. Es sieht vielversprechend aus. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben... ...hier Flotte besiegt. Der Castelli wollte ihr beistehen. Aber er hat sich's doch anders überlegt. Einfach, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, dass er... Oder dass sie mit ihrer Flotte überhaupt uns... Wenn dann... ...ne kleine Narbe zugefügt hat. Aber wie ihr seht, wir haben noch eine extrem schlagkräftige Flotte. Und da hat sich der Castelli dann doch das Ganze anders überlegt. So, weil Nahrung so billig ist, kaufen wir auch erstmal Nahrung wieder ein bisschen ein. Irgendwas ging noch unter. Tabak. Das müssen wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Generell. Also in der nächsten Folge... ...müssen wir zusehen, dass wir... ...unsere... ...ja, Versorgung sicherstellen. Und dass wir dann für den nächsten Krieg ausreichend gewappnet sind. Also jetzt seht ihr schon, die Lager leeren sich. Und da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.